Hallo zusammen, ich bin hier im Blautal-Center Ulm. Warum, zeige ich euch gleich. Wie viele von euch zumindest, die hier wohnen, wissen, hat das Blautal-Center eigentlich geschlossen. Also zumindest die ganzen Läden. Das wirkt voll spooky. Ich fühle mich wie in Last of Us. Aber einige Bereiche haben noch geöffnet und da geht es für uns hin. Und zwar geht es zum Allerdings-Döner-Restaurant Imbiss. Hier gibt es nämlich etwas, was es sonst in der Umgebung nicht gibt. Also uns hat es sehr geschmeckt. Es hat richtig gut geschmeckt. Leider gibt es das Blautal-Center nur noch bis März. Dann wird hier alles abgerissen. Also bis März habt ihr noch die Chance, hier was zu essen. Und richtig krass, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich Iskandere mal mega geliebt. Und war schon traurig, dass ich es nie wieder essen kann. Und jetzt geht es einfach wieder. Interessant, so wie es ausschaut, hat noch der New Yorker offen. Und Decathlon vielleicht, keine Ahnung, ausschaut mal da unten. Olymp hat auch noch geöffnet. Also wie gesagt, bis März ist hier noch alles. Naja, was heißt alles? Also das, was noch offen ist, da. Und dann wird hier alles abgerissen. Einige haben gefragt, dass März doch schon vorbei sei. Gemeint ist natürlich März 2025. Bis dahin könnt ihr noch hier so rumlaufen und was essen. Also, ich habe es noch das, was